hallo so geht er hat er hat er hat er hat ja kleiner mini zum floppy disk protector bei fred hat es heißt wir nur aus welchen richtung bist du eigentlich nach norden so man kann es ja auch alles geht es nur dings werden so verfahren zwei portal ganz bewundern ich habe ihr Leben gefunden ich habe und die wischen ziege also ich habe auch hier auch gefunden ich habe auch in die wischen sie gewöhnt aber du hast den bilderswort gefunden ja das auch der bilderswort ist cooler als alles andere eine gute paulgarn auf den paulgarn brauche ich nicht unbedingt ich weiß aber ich muss in die mitte ich will nur zwei etagen habe ich auch tippen tag in color das ist ich habe keinen platz mehr das ist ja raum hier ist schon wieder spinnen sporter Strait und Merl habe ich noch gefunden, hier. Schallplatten. Es ist so wenig Platz. Komm, ich mache hier einen Portal hin und dann komme ich zurück. Wenn man hier wieder hinkommt. Ja gut, das ist eigentlich ganz nützlich, ne? Ja. Das mache ich jetzt manchmal schon mal ein Portal hin. Hier das eine, das grüne und das rote. Ja, ne? Ich will deswegen jetzt mal komplett büdig gucken. Bisschen bin ich ja hier. Oh, hallo, Skedette. Boah, wie eine Armee da einfach auf einem steht. Und tschüss. Wie ist nicht mal ein Spawner? Ach doch, warte. Endlich wieder zurück. Es gibt doch nichts Schöneres, als nach einem Enderperldast. Enderperldast. In deinem E-System schmilzt immer noch durch, ne? Hättest du dann das ein paar Wochen dauert. Ich mache mal die Festplatten, ne? Ein paar Wochen, nicht ein paar Stunden dauert es vielleicht. Ja, das meine ich schon. Ich tue mal die Festplatten automatisieren. Automat. Vollautomat. Ähm, die... Der Kaffee vollautomat. Tim in Götz, die muss ich jetzt leider durchschreddern. Das sind doch noch zwei Tage. Damit die zu Tamalexpansion werden, weil das sind Industrial Craft Items. Die will ich nicht in meinem Inventar haben. In meinem System, meine ich hier drin, ne? Ja, Bildersworn, das ist schon mal eine geile Sache. Auch komm, gib mir ein Bildersworn jetzt. Ja. Ich will nur Bildersworn. Wie da auch wie er da drauf geiert, ey? Ja. Hast dieser Typ krass. Ja, ich kann ja sagen, du kriegst die Portal Gun. Ich spiel die Portal Gun ja nicht. Das ist aber eine Bacon Gun. Müssen wir uns keine herstellen. Ich muss mich jetzt einfach hier die Zombies ausrasten. Die richtig hart eskalieren. Ja. Die Zombies warten noch so, bevor sie hier die... Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. Ja, jetzt reicht's aber langsam. Und geht das ja nicht. Und Rethard, noch ein paar... Was? Ich hab schon 42 von den Kanonasleads. die muss ich mal offscreen fahren weil ich kann die nicht automatisieren ich werde viel davon brauchen deswegen von den erzeugen sie da ist von den erzeugen oder von granola seeds die granola seeds brauchst du ja das erzeugnis davon gibt es ja kein erzeugnis nur die drogen sich selbst hören müssen die verfügte vielfältigen nicht genauso wie weizen halt also wer die seeds halt also die vervielfältigen sich und dann musst du halt die dinge in den gründer reinschmeißen bekommst du labrikant labrikant brauche ich damit ich die die zahnräder benutzen kann und dann gehen wir jetzt eine etage ab tiefer und dann haben wir alles die dd die dd die dd die dd die dd die dd dass der raum ja einfach nur ist und so wir haben 4 divisions ziel bekommen und so ziemlich alles herstellen aus ingots was wir wollen um es fördern wir haben auch ein was ich habe einst du 1 2 3 4 66 stück wie sie ist denn der raum hier die elf habe ich gewonnen und die 13 noch mal noch mehr kann und das sieht schon gut dann habe ich ja eine hälfte schon mal durch wie kann ich die kiste jetzt hier wieder abbauen meine kiste hier ich habe mir gerade eine kiste gemacht kann ich mir so privatisieren die kann ich nur mit dem größten thema abbauen wirst du es also heißt es ist eine eigene sachen wir finden es auch immer die liegen nur zogen die kopf um das kann es nicht da kommen nur die persönliche ist so viel wie zum ist kommen denn jetzt noch Gut, ich komm jetzt mal wieder zurück. Vor allem mein Bilder-Swan kommt da rein. Toll. Tja, ist ja meiner. Jaja, genau. Vielleicht, wenn du lieb fragst, leichte ihn dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Genau. Ganz genau, so geht das. Bitte. Was? Ne. Enderpelle. 80 Herzen, sterb. Und tot. Kann die Enderpelle nicht mitnehmen. Ich hab jetzt Angst, wenn ich die Kiste sortiere, dass man Minecraft wieder abstirbt. Kann die Enderpelle nicht mitnehmen. Auch du ja nicht. Doch. Bring doch nix. Dafür hab ich den Enderman-Imane getötet. Weil ich einfach nur weggeflogen bin. Okay, dann geht's hier und dann geht's hier wieder hoch. Hiiii. Bump. Okay. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt komm ich mal zu dir. Das kommt da nicht rein. Jetzt hab ich eine Sache vergessen. Egal, jetzt kriegst du hier erstmal deine Portalgang. Guckst du? Guckst du da? Guckst du weiter? Guck nicht. Jetzt muss ich aber noch mal ins Enderty Dark noch mal reingehen kurz. Toll, die hat ja gar nicht meine Farben. Müsstest du sie aber eigentlich haben. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, weil ich sie aufgenommen hab bestimmt. Das steht ja halt ne neue weißt du. Deine Farben. Weißt du das scheiße? Ich kann doch nicht reingucken. Was ist das? Hast du pink und blau? Nein. Ich habe lila und gelb. Die habe ich schon. Vielleicht ist bei mir die Konfliktdatei weg. Nix ungewöhnliches. Ich leg sie da rein. Ich hab lila, blassblau und grün. Ja. Oh, das ist zu krass. Wieder blassblau. Ups. Mal was anderes, ne? Ja, ja. So ist er bestaßt, dass das das. Ah ja, genau. So meine Diamanten. Mein Diamanten. Mein Diamanten. Mein Diamanten. Mein Diamanten. Machst du so. Iron Kohle. Einen Storage Cluster. Machst du so. Wie viele Herzen haben wir denn jetzt schon? Hast du schon reingetan? 12 Herzen. Machen wir uns jetzt mal unterschied. Storage Cluster. Machen wir uns wieder mal Herzen oder? Herzcontainer. Dö, dü, 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 dü. Tö, dü, dü. Machen wir die jetzt noch? Ich weiß nicht. Nee. Die machen wir jetzt nicht mal. Die machen wir beim nächsten Mal. Storage Cluster. Storage Cluster. Storage Cluster. Die machen wir beim nächsten Mal dann. würde ich sagen weil wir jetzt jetzt schon bei der zeit sind um aufzuhören hat genau gepasst das sein dass da rein dass da rein kann man gar nicht stecken die video was ist die video eingetan bei mir ich treue mal ich meine müde ist an meinung die tue sind die kiste da rein tust kann ich eigentlich abbauen wenn ich abbauen ich weiß nicht mit der schaffst du es nicht mit der nicht das habe ich mir auch schon ausprobiert machen wir ja mit der vordergang warte mal ich war wenn ich op bin du bist nicht overpowered die op halt ob halt das system aber wenn ich auch weiter bin kann ich auch da reingucken eigentlich in den in der zielkraft den kamera reingucken immer ist ja die denken halt nicht so weit mit ich habe jetzt die festplatten automatisiert ne storage cluster storage segment hat sie schon eine gemacht oder nein ich gucke gerade ob ich die ganzen rezepte richtig gemacht habe wo sind denn die torches torche torche was ist los geht die ein oder müsste das eigentlich passen hatte mit strombox gehen die ich bestelle mal eine festplatte mal gucken ob er es macht strombox die muss ich mal ich habe ich meine kiste ich habe es auch eine fällig ich habe es auch eine feldig hier auch aber du kannst ja auch machen auf restriktet kannst du so aufstellen dann kannst du jetzt reingucken alles richtig kannst du reingucken oder guck mal kannst du reingucken hast du mich da in diesen geigertet ja eigentlich schon guck mal ob du reingucken ganz wie macht man das noch mal was wir den ganzen kombination waren das noch man muss eingeben slash irgendwas slash kopf friends geil cof und dann franz nehmen nicht so ich weiß nicht ist egal ich hatte das eigentlich gemacht aber irgendwie so auf einer kopie stimmt egal ich sowieso meine privat stufen nach ein blick aus dem video das kommt da rein also meine video meine zwei video kommen ich habe auch zwei die portugal ist auch ein tonal die hast ja schon da ist jede menge scheiß drinnen in der kiste die monatoren und so ich brauche noch eine kiste wir haben schon 17 k holz 17 k holz nur von einer sorte der vom auk wird nur her deswegen sage ich ja das ding braucht nicht mehr weiter zu produzieren gut dann würde ich aber jetzt wirklich mal sagen wir machen jetzt schluss ich mache jetzt endlich mal den boden zu noch kein bock mehr hier drüber zu springen das nervt mich noch mal hin mir ist es sogar oha marcel hilft mir krass das hier kann man nicht anders die cover lässt du weg sowieso ein anderer boden rein gut jetzt habe ich noch einen gold apfel und apfel der apfel kann weg der gold abbehalt ich ach genau die flower flower was macht das denn so ja oh ups glow flower leuchte die oder wieso gerade nochmal testen draußen der tag ja die leuchtet ok haben wir das auch geklärt ach wie komme ich jetzt nicht wieder raus die musik ist so ein scheiß was macht der denn jetzt naja ich mach nur schnell noch was der macht tausende bessie prozessor da unten wie tausende ja keine ahnung mach da ein paar ich mach äh eine festplatte eine 64k storage gold apfel da rein charles and you da rein kann sie selber machen ja kannst du dich herkauft am nächsten mal muss ich mir dann ein schwert machen das dahin die saw dahin gut die chisel lass ich mal die smelterie will ich gerade noch fertig bauen dass die endlich mal fertig ist die steht da soll fertig rum also wir sind jetzt gerade am ende schon seit 6 minuten bei mir nicht bei mir stehen wir erst bei einer stunde 54 und du warst nur 5 minuten weg 5 minuten wenigstens wenigstens ja wir sind jetzt schon 20 minuten 26 minuten drüber eigentlich schon krass dann können wir eigentlich den live stream ausfallen lassen und gleich noch eine woche aufnehmen ne da hat er keinen bock mehr ne ne da habe ich heute keinen bock mehr drauf sowieso denn was soll ich denn jetzt machen ich weiß nicht ich mach jetzt schluss und überlegen uns das nächste woche ok also morgen morgen wisst ihr bescheid ne heute abend eigentlich ich will nur kurz nach dem reaktor gucken ja da muss man neuer neuer fuel rein in den guten reaktor das kann man ja im leisten machen ja da muss ich den cyanidre prozessor mal bauen ja nö den brauchen wir nicht doch ne ne doch doch den mach ich ne 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 komm wir gehen rüber dann können wir noch ähm was dann können wir uns nochmal vergiften lassen sehr gute idee aber als wir seine seine coole brücke zeigen eh ja hab ich gebaut ne hab Brücke gebaut den Eingang hier muss ich noch machen ich schlack mir immer noch den Kopf an guck mal die sind gewachsen ich weiß noch nicht oh ist es hier nicht immer noch zu hell für die nö die wachsen schon siehst du doch aber ob sie abgeerntet werden habe ich keine Ahnung doch ja gut der Aluminiumbusch wurde gerade geerntet gut dann ähm und hier muss noch eine ordentliche Decke rein das sieht ja hier nur aus ja wir müssen dann hier sowieso noch einen höher machen und dann ja der Server meckert mit mir rum beziehungsweise mit dir mit dir meckert er rum yay 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 okay The Cake have moved wrongly Starkiller moved wrongly okay dann sag du jetzt mal dein Ende jo jo ich lass noch die Festplatten durch laufen dann haben wir beim nächsten Mal schön Festplatten und dann ja und dann sagen wir jetzt tschüss hier aus unserer schönen Farm und ja bis heute Abend und nächste Woche ja ja bis irgendwann dann ja dann tschüss 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 du rausch komisch du rausch komisch ja wahrscheinlich ja gut dann jetzt ist aber schluss ja 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 ja